Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Das ist mein Klavier. Das ist Lias Klavier. Ich weiß, Leonie sitzt hier gerade, ja, weil ich werde ihr Klavier beibringen. Und Leute, ich muss euch was zu flüstern. Ist ich kein Klavier? Ist ich kein Klavier? Ich glaube, ich sehe es nicht. Und ja, also wir spielen Up and Down the Keyboard. Keine Ahnung, ob es so ausgespielen wird. Ich habe keine Ahnung, ich kann eigentlich nicht so, so, so gut lesen. Und Leonie, wir fangen mit diesem Teil an. Also Leute, wir zeigen euch nochmal. Das sieht so aus. Genau. Und ich habe keine Ahnung, Lia, wo muss ich überhaupt meine Hände hinmachen? Das ist ein C. 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 Ja. C. D. Ja. Und Martin, wer ist das? Warte. C. Ja, ja. Und wer ist das? Warte. A. H. Aha, ja. Ach, also. Martin, ich weiß nicht. Guck mal, das ist das H und das C, okay? Kannst du es aufkleben? Aufkleben. C, D, E, F, G, A, H, C. Was tust du? C, D, E, F, G, A, H, C. Schau. Also. Johnny. C, D, C, D. Nicht so lahm. So. Mach mal ein bisschen lauter. Warte, das ist so laut. Ich denke. So. Guck mal, so geht es. Guck mal, ich mach jetzt mal ein bisschen hier. Nein. So, guck. Nein, nicht der, sondern zack, 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 zack. Nicht schlau, mach du, schlau. So, guck. Zack. Ich weiß noch mal. Nochmal. Nein, Lenny kommt. Noch zweimal, bis du? Nochmal. Nochmal. Nee, warte. Okay, gut. Aber du musst deine Finger. Ich weiß. Nochmal. Zack. Auch wenn es eigentlich nicht mit den Fingern so ist. Dann guck, du musst hier, deine rechte Hand ist auf den beiden und du musst andere machen. Und dann, wenn die linke Hand ist. Also so. Einmal. Zack, zack. Keine Pause. Und dann direkt mit der rechten rüberrutschen. Schnell. Und mit der linken dann auf C oder C. Du machst so, du machst so, du machst so, du machst so. Du machst so. Mit dem Daumen gehst du immer auf C mit dem gleichen. Aber du musst einmal. Du musst es aber hier mit diesem Daumen hier nur einmal drauf. Und mit dem da dann nochmal. Ja, dann mal das dann durch. Warte. Warte. Gut. Okay, jetzt machen wir. Okay. Jetzt, Leute, machen wir das hier. Nun, das ist gar nicht schwer. Okay. Ah, jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie so es bezahlt sind. Alles. Also das ist eine halbe Note. Ja. Deswegen spielst du das nicht so, sondern so. Eins, zwei, zwei Sekunden. Okay. Ich stelle kurz das Bild ab, damit man uns nicht drin sieht, okay? Ja, warte. Genau, nimm's mal. Okay, also jetzt machen wir das komplett. Was machen wir? Das komplett. Okay, immer zu. Also die erste Zeit. Ich stelle mal den Handy, ich stelle da richtig auf. Leute, sorry, wenn es ein bisschen schief ist, okay? Okay, Leute, es ist ein bisschen schief, aber egal. Alles so. Okay, warte. Nein, das machen wir nicht, so Juni, weißt du, so. Ja, ja. Es soll ja besser sein, dass du besser spielen kannst. Ja, nicht schlechter spielen. Also das komplette. Ja. Ich habe schon wieder vergessen. Nein, ich weiß es. Und übrigens, Juni, die zwei. Leute, die zwei hier. Juni, guck in. Die zwei sind zwei Sekunden lang. Das mache ich nicht. Doch, das musst du machen, bitte. Warte. Ähm. Gut. Jetzt machst du. Okay, jetzt machst du. Warte, warte, warte. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Nee. Gut. Okay, das mache ich jetzt nochmal. Ah, du machst das. Okay. Ähm. Nicht damit, das macht man nur hier. Guck. Wenn du so weit bist, dann sagst, wenn du da bist, dann kannst du es machen. Warte. Nochmal. Ja. Na, warte. Jetzt können wir uns um die zweite... Ach so, Leute, das ist das von unserem Bruder, ja? Okay, jetzt machen wir erstmal... Das hier. Okay. Aber machen? Das hier ist mal. Okay. Na, drücken. Up and down the keyboard. Keyboard. Okay, jetzt machen wir das. Das? Okay, ich stelle das wieder so gut aus wie vorhin. Oder wir machen es auf meine Seite. Weil da sieht man die Noten besser. Hier ist ein bisschen besser. Up and down. Ich hole mir auch einen Stuhl. So, Leute, jetzt seht ihr alles. Lern mir mal bitte die Noten, ne? Keine Ahnung. Ach so, ja. Ähm. Warte. Das wäre, das wäre, das ist ein D, E, D, C. Okay, Leute, los geht's. Hier, gell? Hier, gell? Ja, gell? Also, D, E, D, C. Aber diesmal, das ist übrigens nur noch mal eine Sache, dass ihr oben sind mal die rechte Hand und dass ihr oben sind mal die linken Hand. Also diese Spalte hier ist die rechte Hand und diese Spalte ist die linken Hand. Was muss ich jetzt spielen? D. Mach mal bitte lauter. Ich höre nichts. Ja, genau so. Also, D. Ich war gerade D, das. Ich kann das nicht. Ich nehme die erste Mal. D, E, mach mal D, E. D. Und wir machen jetzt erst mal D, E, D. Und mit dieser Hand, also wenn du so machst, warte ich. D, boah. Dann drückst du zur Seite schnell und machst wieder so. Ja. Also so. Vielleicht nicht so auf Klavier und dann mehr. Ich verstehe es, ne? Ja. Also zack, 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 zack. Ein Blum, dass die da mit dem da gespielt wird. So muss ich auch so spielen. Ja. Das ist C. Ja. C, D, E, F, D, A, H. A? Achso, ja. Kannst du jetzt wieder hier bringen. Okay, nochmal. D, D, S, D. Warum? Weil das so für den Geweisen zieht. Achso, ich hab nur, dass du machst. Gut. Jetzt machen wir das. Was ist das? Warte, warte. Das ist ein... O, D. Nein. Nein, das ist ein A, ein H. Ja. Dieses H. Okay, jetzt machen wir das. Warte, 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 ich spiel mal. Zwei Sekunden, Duvi. Achso, warte, nochmal. Und zweimal. Also, B, E, T, C, A. Mach mal. Zwei, drei, drei, vier. Ein, zwei, drei. Ich kann nicht sagen, wir sind wieder drin. Aber sie ist nett. Ja. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Wie viele Sekunden halten? Zwei. Zwei. Eins, zwei. Ah, warte, jetzt mach ich, okay? Okay. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay, gut. Eins, zwei. Eins, zwei. Wenn du das fertig hast, machen wir das. Oh, je. Das wieder den Platz. Aber machen wir noch das. Ja, natürlich, aber wenn du das fertig hast, machen wir das. Wenn du das fertig hast, machen wir das. Leute, kommentiert mal, ob ihr ein paar zwei wollt. Auf jeden Fall kommt jetzt. Und ein paar drei danach. Ja. Wir können auch immer ein Video machen, wo die Lia nicht mir Klavierball bringt, sondern da werden wir es von dieser Statistik machen, dass ihr nur das sieht. Und dann immer die Noten machen wir, fügen wir dann ein Bild ein. Und dann bringt Lia auch Klavier spielen. Welches Lied? Wartel, Lilly? Kannst du das? Nicht so gut. Eigentlich gar nicht. Okay. Kannst du alle Lieder aus diesem Buch? Nein, nur hier. Wir haben da nie weiter drin gemacht. Bis hier? Bis hier. Leute, falls ihr dieses Buch habt, könnt ihr auch Lieder davon in die Kommentare schreiben, bis Seite 15. Also Lia kann alle Lieder bis Seite 15. Ja, weil ich kann eigentlich einfach auch, aber das ist gut, hä? Ja. Also, denkst du, wir schaffen die beiden zusammen? Ja, natürlich nicht. Okay, ja, ja. Nein, warte, ich mach das. Das war C, D, C, H, A. Woher kommt denn das H jetzt? Das da ist bei den Namen vergessen. Es gibt einmal, ach, wieso man das mal alles von bei mir vergessen? Schau mal her. Guck mal, das da ist der Violinschlüssel. Zeig es mal an die Kamera. Der Kleiner. Das ist der Violinschlüssel. Ich kann euch auch mal zeigen, wie man den macht. Aber jetzt erst mal muss ich dir euch zeigen. Das ist der F-Schlüssel. Leute, das da ist der F-Schlüssel. Ja. Und das zeige ich dir eigentlich. Hier, guck mal, warte. Ich zeige dir einfach was ganz Cooles. Ich öbe ihn so lange mal. Musst du nicht? Guck mal, mit roten Farben. Oh, das ist, das liebe ich. Und zwar. Leute, guck mal. Guck mal, wir müssen das sehen. Kann ich das da nicht bestellen? Wir müssen, glaube ich, unbedingt diese Zeichen hier lernen. Wo sind die denn jetzt? Ah, das ist ja. Guck mal, das da, das sind die, diese Töne hier. Der Violinschlüssel, das ist diese. Und der F-Schlüssel ist das Grummige. Und deswegen. Das heißt, wenn das kommt, muss man da spielen. Nicht genau da, aber halt. Ja. Hier, die. Das ist ja richtig schwierig. Nein, eigentlich gar nicht. Und, das muss ich der Juni dann wohl auch noch beibringen. Und guck mal, hier diese Noten. Ist das C? Ja. C, D, E, F, G, A, H, C. Und guck mal, Juni, hier, ab hier, also guck mal, das C hier ist ein Ziel in der Mitte, okay? Und da ist das C halt da unten. Und dieses D hier, aber eigentlich brauchen wir nur die hier, die ich nicht guck. Damit du immer hier hinguckst, okay? Wenn du was brauchst. Damit du immer weißt, wenn du irgendwo hingucken musst, was das hier ist. Du musst mal richtig kussieren. Tadam. Das ist mir egal. Klar, jetzt hat sich aufhört oder machen bleibt. Los geht's. Okay. Okay, ich probiere das jetzt mal zu machen. Ich probiere es zu. Oh, ich erst mal nicht. Ähm, nein. Also hier ist das C. Noch eine Frage, wenn du möchtest, dass ich keine Familie habe, dann musst du unterschreiben. Oh, ich gebe dir dann einen Zettel. Also C, D, C. C, D, C, D, Ui. C, D, C, H. C, D, C, A. C, D, C, H. Habe ich es richtig gemacht? Bitte noch eine Reite und Reite. Kannst du mal gucken. Aber ich mache manchmal so kleine Pausen, weil ich dann... Ich weiß nicht, was müssen wir tun. Okay. C, D, C, H. Stopp. Was haben wir gesagt? Was ist C, D, C? C, D, C, H, C, C, C. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mach einfach weiter. Also. C, D, C, H, C, H. Okay, mach nochmal weiter. C, D, C, H. Guck zu. Ja, aber du falsch machst deinem Hauch, dich hier hin. Okay. Denk. Denk. Ja, warte. Warte. Aha. Ich muss kurz Pause machen. Okay, mach weiter. Warte, nochmal. Gut, jetzt machst du jetzt weiter. Na, nochmal. Ich mach nochmal das erste, weil ich es gerade mit dem Finger falsch gemacht habe. Ja. Okay, nochmal. Okay. Okay, ich kann das nicht perfekt, aber was schreibst du da gerade auf? Ach, klar nicht. Nur den Zettel. Ähm. Also, jetzt machen wir das. Das ist eigentlich ganz einfach, weil es nur diese Hand ist. Okay, sag mir. C, D, E, D, C, C, 3 Sekunden C. Okay, und sag da, was 2 Sekunden C ist oder einfach C? Nein, ich wollte dir nur sagen, wie das hat. Okay, dann, spiel mal. Ganz einfach. Alles? Nein, das ist ja. Was macht das? Warte. Warte. Nee. Gut. Ähm, wenn du denkst, du musst noch üben, dann weiter. Aber wenn du möchtest, kannst du entweder das Ganze allein probieren oder schelbst dir beiden. Ich probiere, ähm, ich muss diese beiden noch lernen. Okay, dann kannst du die ruhig weiter lernen. Aber ich würde dir empfehlen, die dann lernen. Also, ähm, diese Zeile spielen, danach diese Zeile kann ich. Also, wenn du die zwei noch üben musst, dann üb die noch. Die kannst du noch 5 Mal machen. Und danach probieren wir mal das alles zusammen. Okay? Okay. Übrigens, Leute, falls ihr euch wundert, ich helfe ihr ja gar nicht. Dieser Part ist halt, ich hab nicht viel Zeit. Ich muss auch was anderes machen. Ich muss die ganzen Termine schreiben, weil ich kriege ganz viele Kinder in Klavierbeidner eigentlich. Nur Leonie und meine eine Freundin und meine andere Freundin. Aber meine eine Freundin kann es gar nicht. Die sagt, dass das A ist, das B, das C, das D, das E, das F und das G. Sie macht nach dem ABC, ja, ein bisschen komischer, aber ja. Okay, jetzt machen wir das. Ich glaub, ich hab alles gespielt. Wirklich? Ja, auch das. Dann auch das da unten. Ja. Dann wird weiter. Na, warte, kannst du einmal nur hören? Aber ich mach Pausen, okay? Also nur hören, ja? Nee. Wow, war für perfekt. Ja, ich schaffst du das. Ich sag jetzt auf einmal, welcher Buchstabe es ist. Ähm. Prima. Das ist das am einfachsten. Dann die beiden das rufen. Was ist mein Handy? Ah, jetzt hast du dir's. Ich sag jetzt, ich hab dir's. Oh mein Gott. Was ist mein Handy? Okay, nochmal. Also, mein Ohrnacht. Hallo, mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Aber es ist mein Handy. Okay, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Was habe ich da gerade für Tasten gesagt? Okay, ich muss jetzt nochmal machen. Also das kann ich schon auswendig. Schreibst du was über mich oder über die anderen? Über mich, okay. Okay, ich glaube... Okay, nochmal. Oh, es legt mich auf. Okay, nochmal. Ähm, Leonie, kann es sein, dass das Video ein bisschen zu lang geht? Es sind jetzt locker 17 Minuten. Über. Aber Leute, wir filmen einfach nochmal am Ende, wenn ich es richtig kann. Wenn ihr überhaupt ein Part 2 wollt, schreibt in die Kommentare, ob ihr ein Part 2 wollt und liked, abonniert. Und wie gesagt, schreibt ein Lied in die Kommentare von dem Buch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!